Eine von den schönen, die man sieht in der Psyche, und später in der Rechaim und Kodische Werte, die von dem Leben ist, ist die Lösung von Messikis der Teure, die Süßigkeit von Teure. Also wie wir gesagt haben, die Psyche, aber später in der Rechaim und Kodische, die von der Rechaim und Kodische, die von der Rechaim und Kodische, die von der Rechaim und Kodische Werte, die Psyche, die von der Rechaim und Kodische Werte, die von der Rechaim und Kodische Werte, Ich meine, die Zeit lief, die zu ihnen, und die Königin, die von der Rechaim und Kodische Werte, die von der Rechaim und Kodische Werte, die von der Rechaim und Kodische Werte, Der Geschmack der Tarm ist für jeden das selbe. Ein Mensch ist aufgemene bewusst. Das ist das Ami-Mensch, das ist das Ami-Taste, das Ami-Tarm. Das ist aufgemene. Es geht, es geht. Es geht, es geht. Aber wir wissen, dass Tarm arbeitet nicht so. Es kommt zu ihr Achille, einer der Dusslieb, einer der Zweite Sachlieb. Aber Tarm wäre eigentlich ein Wachstum. Das ist das Ami-Tarm, das ist nicht Tarm. Das ist Tarm und andere Sachen. Das Wort hat der andere Perisch. Also in Misan, das kennt ihr schon, als er meint, dass es eine Sache, wo es eine Schuwelle Köln zu bringen, dass es ein Regisch für Tarm, für jeden einen, aber es ist nicht so. Wenn du es gerade stimmt, sagst, es geht mir teurer. Und du sagst, dass einer mehr nicht live von dem Heiligen teurer, einer mehr nicht live von dem Heiligen teurer. Es nimmt Zeit. Man macht das so, wie eine Probe mit einem Menschen. Man dreht ein Heiligen teurer, noch nicht, noch nicht gerecht zu ihm. Es hat wohl gedacht, aber es ist nicht geschehen. Und derjenige, oh, es ist ungezündet. Derjenige sagt, es gerecht zu ihm, er hat den Geschmack, nur dem, es ist Buche-Geschem. Da habe ich die Hälfte, sie können nicht lachen werden, nicht lachen, aber es hat uns dann auch in ihren Nachh widmet, in den guten Leo, dass sie gleicht, es ist nicht sehr intentionally, unzähl, mit demreck pul smartphones oder auf Deutsch ver obedezigen? Die Menschen wollen sie abdrachten. Ich bin mein Vater der Toder. Die Menschen suchen die Toder. Sorry, Sie haben es nicht. Das ist das, was sie in der Mama. Sie sehen, dass sie vielmals zu sein. Sie sehen, dass sie vielmals zu sein. Sie sehen, dass sie vielmals zu sein. Sie sehen, dass sie auch mit ihren Zielen suchen. Sie sehen, dass sie auch mit ihren Zielen suchen. Sie sehen, dass sie mit ihren Zielen suchen wollen. Das ist die größte Kasse. Für sie sind die Ziele teuer. Aber nein, sie sehen etwas mehr. Einer der Wege, dass sie ein bisschen mehr verstanden ist, ist das Schade der Zuhörer. Ich glaube, es hat immer gesagt, dass sie nicht mehr zu sein. Wenn ein Mensch sich um etwas treffen, ist das Schade. Sie sehen, dass sie ein Zielen suchen durch den Gashen oder ein Zielen lunchen unterstützen. Der Zuhörer ist ... Lessig. Der Zuhörer ist ... In die Zuhörer sind ja auch so groß. Die zwei Brücke, die uns mit der Gashen und der Zuhörer sind, der Zuhörer ist eine Zuhörer. Sie sehen, dass sie eine Zuhörer sind. Sie sehen, dass sie eine Zuhörer sind von dem Giv. Sie sehen, dass sie mit dem Nefisch liegen. die selbe Sache, wenn man trifft sich um mit Mosein, ist die Schale ist, wenn es der zweite Raum bei dem Gif weckt es auf etwas, was du innenweinigst mit dem Mensch. Jetzt, wir können sagen, auf das Amin Nisich, die Tarnigen, die Süßkeit, wo es ein Mensch ist magisch, ist wenn es ungetroffen ist, die Kasse, die Schale, 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 und jetzt kommen die Mosein in das Masein, in dem Platz, hat verämpft dem Kalschi, hat normalerweise in dem Loch. Das meint, dass wenn ein Mensch ist hingedrückt, ist die Schale so, heute ist der Deutsch, das Wasser geht dem Tarnig, dem Süßkeit. Gemein, kann man nicht von der Jäufer, der Jäufer ist ein Kals, das meint der Schmied, jetzt meint der Dostrich. Jetzt hat er gedacht Maaam Karam. Menschen werden ausgehängt, jetzt hat er gewöhnt der Leich, jetzt hat er gedacht etwas anderes. Ich sage, Ravkele besie Cryach. Als ich, diese Sache, die Questaite ist, das kann sein, normalerweise haben, dass man nicht ausgehängt oder Dostrich hat. Es weint, sich wie die Schale ist. Und in dem Mase, wenn das etwas gedacht und du hast dich gegeben dem Jeschva das du hast dich zurückgegeben dem Dachais du hast dich gesagt 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 wenn ein Mensch weiß nicht dass ein Teufel er darf um ein Teufel besser gesagt er darf ein Teufel es ist nicht jetzt beschönet dass ein Teufel was er darf jetzt ist riesig groß er zieht das Schlüssel er darf hier suchen ein Hitsch einer so ein Zifil er soll getroffen er darf wie wichtig sein er geht zu einer Platz er darf es kostet 10.000 Dollar und bei mir ist jetzt das Loch der Ingen und du hast ich glaube jetzt kommst du und du hast dich und du hast mich verhängt du hast mich normal du hast mich immer ein Stück gehst du hast mich nicht mehr weil jetzt habe ich das gedacht ich werde dich bringen und du hast Hering mit Kegel ich darf nicht jetzt ich darf es nicht ein zweites Mann ein zweiter Mann ein zweiter Mensch 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 er ist eine andere Sache das heißt die Sitzkeit die man erzählt besser gesagt der Chie ist der Mensch ist magisch als er lebt im Hof ist alle Mut wo es hat mir jetzt gefehlt wo es hat mir jetzt gebadet das ist nur Menschen werden geboren mit anderen sorten Naturen nur wenn sich sei stark wo es hat jetzt der Mensch gedacht ein zweiter Mensch hat mir ein zweiter Mensch Das heißt, wir machen ein bisschen mehrmals in diesem. Die Gmuss ist mit Gegeben, hat mich auch mit Götzettin mit Hingrich. Bescheid die Menschen, die es zufältet, nicht so wie Tahnig mit Teist. Aber die SIGGIF in Tahn, die Zellbezacht, die Dautan, die Zahmashimi etief, hat die Menschen, die Schaften, wenn sie mit Götzettinnen kommen, 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 dass sie sich, wenn sie die Leiche, dass sie das Leben im Zink, dass sie mit Götzettinnen kommen, dass sie das Leben im Zink, dass sie das Leben im Zink, anders gebaut. Das ist bei einem solchen Sachen wie Hingrich. Das ist eine Beschreibung, wo jeder Mensch, eine zweite Sache, geht es vor den Nefisch, du hast den Nefisch gedacht, du hast den Temen gegeben, du hast den Beruhig, du hast den Gebring, den Miasverdaten von dem Menschen. Teure, wo es ist, wenn man schiebe es nur fisch, teure, wo es ist, wenn man sie sich mit wasch, mehr, wenn man sie sich mit wasch, hat in sich die Süßigkeit, dass es mit Malle, alle Zorcha, die Nefisch von den Menschen, die Sache tiefer und breiter, wie sie weiß, wie sie sich mit wasch, die Sache fehlte. Es ist die Temen, die Nefisch von den Menschen, die Wille hier, die Wille hier, es ist ein bisschen auf der Weitung, auf dem Linie, auf der anderen Linie. Die Sache ist auch weitergegangen, wo es erkebt, auf der Nisch zieht, zu der Tiefkett, in dem Weitung. Er meint, er will das. In der Schluch der Kudel, der Tvile, die Menschen auch dort nach Luschen, nach Mördigen Luschen. Also, ich meine, wir haben uns auf, wenn wir die Leute von euch haben, als bei Emes, die ganze Sibbe in der Welt, wo es sich will, die Kinder mit den Kindern, nur, nur ein Mensch, Möwesburg. Und ich dachte, bei Emes, jeder Mensch kann es sagen, dass es ist, ja, das ist nicht aware, die ist so ein bisschen verkraft, aber dann schon, ja, in die Patienten, das ist ja, das ist der Emes. Das ist der Emes. Und dann, wenn wir die Leute von euch haben, die wissen, dass es nicht so ein bisschen, wo es fehlt, wo es geht. Das ist ein sehr tiefes, wo es ist, es ist tiefes, verplantat, sehr, sehr tiefes, verwickelt, dem Nefisch, mit dem Leib. Der Teure, wo es ist nicht so ein bisschen, der Ziesgat, wenn die Teure, der Schatis, also, kommt es in alle Plätze. Also, das ist ein sehr tiefes Plätze, wo die weiß, dass es nicht so ein bisschen, dass es geht, wo es geht, wo es geht. Das ist ein sehr tiefes Plätze, das ist ein sehr tiefes Plätze, wo es liegt in der Teure, da ist ein sehr tiefes Plätze, in der Welt mit dem Teure. Also, ein Mensch, ist macht nicht bei sich. Also, wir lehnen Teure, bei ihr gehe. Jeder Mensch, lefies an Tage. Ihr gehe, hat nicht so ein Team, mit wie viel Schuh. Ihr gehe, hat nicht so ein Team, mit wie viel Schwuren, sondern offensichtlich nicht. Ihr gehe, er meint, aus von der Comfort Zone. Sich, alle, sie lehnen Teure, auf dem Moment ist es schwer, ein bisschen, kann ein bisschen warten. Sie sehen in der Teure, das viele, was ein Mensch hat, einfach mein Herz in der Teure. Ihr soll trachten richtig. Ihr soll mit Sliegen sein, sie kicken Teure dik auf die Welt und auf Mamatziv. Die tiefe, tiefe Tchike, mit der Tchike, mit der Teure, was ein Mensch, darf hoben. In der Beste, ist auch die Wege, wie ihr so etwas weiß, aufgeweckt. Tchike, darf werden aufgeweckt. Wenn weckt sich auf die Tchike, bei der Mensch, als er losstreden. Wenn er später so ist, hat er da versuchen. Wenn die Mensch, soll zusammenstellen, der Puzzle, er hat das ganz zart zu lehnen, er hat das keine starke Tchike zu lehnen, weil er hat das keine Nerven zu lehnen, weil er ist busy mit dem, das mein größer Problem. ein Gott im Himmel, Tzadikl, du lichtest. Die suchst die Schale mit der Tchive, und du stellst den Stande zwei Sachen. Wie viel mehr ein Mensch wird gleiten in dem? Wird er sehen? Er wird es bei ihm, es bei ihm sehen. Aber, hat er ein größer Problem, hat er eine Terde? Weißt du, jetzt, du hast zwei größere Sachen, die du es brengst, der Ort zu dem Platz. Zwille mit Teure. Teure mit Zwille, zusammengebinden, zusammengeknippt. Die zwei Sachen, eines machst du, und der zweite. Meister, aus dem Schmöhe, teure, kommt für losse Teive. Also er lernt nicht, ist dann da, wenn er nicht mehr in das Kabel. Also er darf nicht, ist dann teure nicht, wie sie da aufzusachen. Dort liegt die Tzive, die Pessur, die Leichtigkeit, die Leichtigkeit kommt von einem anderen Platz. Von einem, also wie viel, ein ganz anderer Platz im Ganzen. Das ist ein Maß zu sein. Ein Mensch sieht die Pessur, mit so einem Problem. Jeder meint, doch nicht, das Gass mich ist. Was ist das so, dass du siehst? Kannst du mir sagen, mit welchen Tools du siehst? Fragt ein Mensch, ein Mensch sagt, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon halb Jahre alt, so vor dem. Und ich möchte mich auch fragen, mit welchen Keilen siehst du? Wie so siehst du? Als Funkel von Menschen, hängst du auf Zettel, da kannst du siehst, nach der Wiese, sag mal, wo sollst du die Tzive, als du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, wie sollst du siehst? Wie sollst du die Tzive, Wie sollst du die Tzive, wie sollst du siehst? Der Weg, als du siehst, ist das so immer zimt, zimt, weißt du, was sitzt du, irgendwie in einem Loch, in der Welt. Und ihr reaching out, so kon ich auf Englisch, ja, das ist auch, was sie bringt, das sind die Kinder, der, was, die Grijchen, wie war die, die Grijchen, von du? Es ist auch das so, meine Hand ist so lang, und ihr habt euch helft, als es so wäre, als ihr bei Bassi es hängt, so wie viele Gäste es wäre, wie war die Gäste zu kennen? Gäste sind die Gäste sind die Menschen, die Gäste sind die Menschen, die Gäste sind die Menschen, Das alles, und dann ein bisschen Ziemstum, die ich sagen würde, als du siehst, die Einzelne von der Welt. Eine Riesige Welt, sag mir mal, diese Welt, diese Welt ist ein kleiner Geilich, ja, die alle Galgalen mit den Kürgen, in die ganze Welt, und ihr habt euch eine Person, wie sie das hier tun. Sie Mama sagen, ja Mensch, Er bleibt in seinem Haus, das ist ein Stück, das ist ein ganzer Haus, das ist ein Basement, ja. Er sitzt dort in dem Haus, er sucht, er geht nach ihm dort, er sieht, ich muss nicht weg, 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 ich muss nicht weg mit Menschen. Die lebt sich dann mit einem kleinen Zimten. Er ist ein Haus, ich gehe von da, ich gehe mit ihm, ja. Jutze mit jeder, die Jutze mit jeder ist auch eine kleine Seite, wo ich ihm das Basement bin. Wie ist der Onkel, wie ist der Onkel, wenn ein Mensch das sagt, losz auf den Zimten, losz auf den Zimten. Ich glaube und ich weiß, dass du fehlt mir, ich weiß nicht, was du mir hilft, ich darf nicht wissen, was du mir hilft. Ich gehe nicht zu dem, was du bescheuert, ich gehe nicht zu den Menschen, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe einfach zu helfen, dass es so mich lechtig macht. Habe ich, jetzt habe ich, ich komme. Einer, wo es geht, du kamen, als ich hier bin, ich habe viele andere Lehre, es gedeiht zu haben, ich habe ein Problem für das Problem. Heute geht es dir gar nicht richtig zu lernen, ich habe es richtig gelernt, warum das Masse besagt. Es kann sich jeden sagen, schwach, in Flach, Schleule, Schmodiger, Lehren, Gedeiht, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe nicht zu lernen. Es kamen, dass ich mich gut zu lernen, weil ich habe das nicht zu lernen, ich gehe eigentlich zu lernen, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe nicht zu lernen, ich gehe nicht zu lernen, es gedeiereich, es ging hin and WiFi, dasкольку ich habe créer das Maske, es habe ich eben auch mal, Aber sie haben gesagt, dass sie geworfen sind. Sie haben gesagt, dass sie einen Sechnerg�sten und die Kinder geöffnet haben, sie haben die Mitzvah und sie bringen sie. Aber sie haben gesagt, dass sie ihre Gehmer auf die Gehmer haben. Aber es ist interessant. Es ist ein bisschen interessant. Es ist ein bisschen interessant. Dort hat sie sich ein ganzes Gehmer. wo ist die Zeit der Gummelt? Doch die B'Shat ist so. Ein Mensch steht am Mittzwein, er hat nicht wie viel wie viel Or, wie viel Schäfer die Mittzwein können bringen. Ein Mensch was geht es doken, er hat, wenn er geht es doken, das bringt Chies, er hat das. Er geht nicht zu dem, das ist die Gittin, alle anderen Sachen, in der Erschkeiten. Jetzt zieh ich auf, jetzt zieh ich bei mir auf. Er sucht am Nachschi, ich bin nicht, weil er versteht, oh, wie will ich, ich bin nicht, das ist die Gittin. Als ein Mensch, er reist, es sagt der Gummelt, der andere Sachen, in der Taka Gummelt, es ist doken, die Gummelt, er lebt daran, er bleibt in seinem Mittzwein. Wenn ein Mensch versteht, die Epis hat es aus Lehne, Lehne am Nas, was er versteht, also bringt man Schäfer auf die Welt, also bringt man Chayim auf die Welt, also bringt man Eitzes für Probleme, Pisseroines für Matzum, das ist der echte Hemd, das ist der Weg, der Geist ist im Scheuer des Scharoff, er bleibt in dem, wenn man jetzt weiß, es ist der Weg ist, ich bin nicht, es bin der anderen Weg. Man sieht es, es ist, als es, mein Mannen, dort ist, wissende Probleme, du sie ist im Scheuer des Tschöuled, nachcimuswesi, sie ist ein Samstag live, aber wir schauen, die Gummeltäume, kann man sagen, dies Gummeltäume, in der Ordre nach Himmatze, er ist am besten zu hören, han sagt, sie machen sie, sie machen, wir schauen, um so ein booth, und dann Coge, wir schauen, Lieber Hufvitz, man soll treffen dem Zisskeit, man soll sagen, wer gestern mehr Richtung, man soll steigen, sonst bleiben wir den selben Platz. Das ist eine Nahwärtschkeit. Das ist auch, wie Menschen meinen. Mit kleinen Kindern, erwachsen, jetzt der Age von Reden, jetzt ist der Age von Unheim zu woken, jetzt ist der Age, was ist, was ist, wo ist es? Er ist ein Development. Er wird schon spät, man wird schon ungestreckt, man fragt sich, wer weiß. Das stappt nicht dort. Der Moich, oder die Reboin, schon auszelt auf der Oifen, als er so einem Mann, so sind sie ganz, ganz zurzeit. Oder wenn ein Mensch spielt, er entwickelt sich spät, er fragt noch die alte Kaches, er hat noch die alte Messeuge, man darf gehen, er kennt, er sagt, nein, teure, nein, abhuna, nein, ziehgang, nein, blick, Menschen, wenn sie steigen in Aran, wenn sie die Bazar so stark, die Schade des Kanaischen erreichen, aber jeder Postel, jeder Ehrliche Jede, wo es geht, das soll, die Sexte, wie er lebt daran, hat die Kirche in seinem Leben, man sagt, eine neue Weg, wie sie zitieren, hat eine neue Sache, was sie hat sie geleitet, hat eine neue Ziegel, eine neue Mütze, wo sie hat, sie geht, so wie viel ist, als Mann, wo sie weit weggestellt, die ganze Rochning ist, von den Menschen, aber ein Mann, wo sie weit gemisch wird, wie viel zu viele davon beten, von der der Herz, verstein, in sie soll umkommen, in sie soll, die Eibeshe, die Joche, in die Masa, wik, sie wiegem, sie wiegem, die Pshat, es ist, wo man spürt, mit dem Makkabu, man stellt sich zusammen, der Mensch, allein, zuhaut, aplatz, wie dort, in daf, der Makkabu, zicht, zivig, der Loch, wo sie do, in sein Herz, der Platz, wie sie darf, anang, 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 zicht, in die Joche, die Masa, Ich kann sie sehen, die ganze Teure bin ich in mir nicht geentes, ich sollte es sehen, ich sollte es bemerken, ich sollte es nach oben schauen. und wenn man es kam, es ist einfach alles, es ist viel, es hat sich um alle Sachen, weil es teure ist, die Menschen lernen teure, die bei ihnen teure sind und die geheimen sind, es bringt was Menschen irgendwo, wenn wir dort sind, das ist alles einfach, wie immer geht, ein bisschen zieht sich auf die Pfade. Sie sagen, dass es so ein Gitt wie Ismelsgillen mit allen Armen ist. Sie sagen, dass es keiner mehr geht, das ist so lechtig. Wir können die Handkappen bis der Heilige Junge, die ein bisschen helfen. Sie können sich gezogen reiten, sie können richtig mitkabel sein. Sie können bei uns mitkabel sein, die Nähe, die Spur, die die Teure, von dem Jürgen, sie sollen es nicht machen zu den Bönerischen Allem. Sie sollen uns ausleisen, bepraten, beklagen. Gesang fue jemand pour él, wie immer noch, sie sollen es sehr gut und schade sein. Gesang fue jemanden, dir они in derHI aufта 하면, sie sollen es eher gut und schade sein. Amen. Amen.